Also, das hier ist ein Glasbalkon. Der ist komplett aus Glas und der ist 36 Meter über dem Boden. Also wenn man keine Höhenangst hat, kann man sich da sehr schön drauf stellen und so schauen, was so unter einem alles ist. Ich persönlich würde mich da nicht drauf stellen, weil ich ziemlich Höhenangst habe, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache.